Ein Mädchen, das sich inmitten eines Schneesturms für die Heimkehr des Vaters in tödliche Gefahr begibt. Und damit herzlich willkommen zu Otannengrauen. Zwölf mobile Weihnachtsgeschichten mit Herz. Das Schneemädchen, 1800. Wie jeden Nachmittag, so stand auch an diesem Tag, im Dezember, Philomena Maras im Schatten der großen Säule und blickte erwartungsvoll gen Süden. Dieses Mal muss er einfach kommen. Das Herz des zwölfjährigen Mädchens wog schwer. Vor über einem halben Jahr hatte sich der Vater von ihr und der Mutter verabschiedet, war fortgezogen, um dem Kaiser bei seinem Krieg gegen die formalitäten Franzmänner zu helfen. Philomena soll es sich keine Sorgen machen, hatte er beteuert. Denn er sei trotz seines Alters von 35 Jahren noch immer wieselflink. Zudem sei er noch aus jeder seiner bisher geschlagenen Schlachten mit nicht viel mehr als ein paar Kratzern heimgekehrt. So werde es auch diesmal sein. Vor dem ersten Schnee bin ich zurück. Das hatte der Vater seiner schluchzenden Tochter hoch und heilig versprochen, als er schließlich aufgebrochen war. Zurückgekommen war er bis jetzt noch nicht, aber schließlich hatte es ja auch noch nicht geschneit. Aber da der Himmel seit Tagen graue Wolken trug und es immer stärker nach Schnee roch, steigerte sich die Hoffnung in Philomena ins schier Unermessliche. Denn ein Versprechen brach man nicht. Und so nutzte sie jede sich ihr bietende Gelegenheit, um zur großen Säule an der äußersten Grenze der Stadt zu gehen und nach dem Vater Ausschau zu halten. Dieses aus Sandstein filigran gehauene Monument, das gemeinhin als Spinnerin am Kreuz bekannt war, zeigte in Figurengruppen die Kreuzigung, die Geißelung und die Dornenkrönung des Erlösers. Mit ihren über 50 Fuß Höhe war sie auf dem Wiener Berg gelegen und weithin sichtbar. Auf dem gefrorenen Erdreich entlang der Straße, die an der Spinnerin vorbeiführte und in der Donau-Metropole mündete, reihten sich kutschenbetuchter Herrschaften an Karren und Wagen von Händlern, passierten Handwerker, Bauern, Lumpensammler, Bettler. Ein ausgedünnter Strom unterschiedlichster Stände aus allen Ecken des Habsburger Reichs marschierte in die Stadt hinein, ebenso viele spuckte die Stadttore wieder aus. Dass sich unmittelbar neben der Spinnerin am Kreuz auch das Hochgericht befand, wo Malefikanten durch den Galgen oder das Rad gerichtet und eben dort verscharrt wurden, störte weder die Reisenden noch das zwölfjährige Mädchen. Denn dessen Aufmerksamkeit galt einzig und allein dem Vater, der eigentlich jeden Augenblick auftauchen sollte. Doch auch an diesem Tag fehlte von ihm jede Spur. Philomena seufzte enttäuscht. Sie machte einen artigen Knicks vor der Spinnerin, schickte ein Stoßgebet für des Vaters Rückkehr in den Himmel und bekreuzigte sich. Dann machte sie Anstalten, schnellstmöglich nach Hause zu eilen. Heim in jenes schiefwinkelige Haus in der Vorstadt, in dem die Mutter auf der Bettstadt lag und sich seit Wochen die Seele aus dem Leib hustete. Ich hoffe, dass euch die Leseprobe gefallen hat. Wenn ja, dann schenkt sie doch vielleicht euren Lieben zu Weihnachten. Und damit wünsche ich euch eine schöne, nicht allzu stressige Vorweihnachtszeit und ein geruhsames Fest. Herzlichst, euer Bastian Zach. Ich mache mir das letzte Mal. Ich mache mir das jetzt noch was Fre Ch enter. Dann geht es und fremd es auch jetzt. Ich mache mir das jetzt noch was client einem anderen und diegestellt der supplier. Alle Hänen hast du Prague!. Also gehen sie Musik aus. ional hau'n. Keine Super Gと思います! Vielen Dank.